Ja, recht herzlich willkommen hier wieder in Factor Space und wir spielen wieder hier mit dem Weeper und springen mal direkt hier. Okay, dann ist bei Beta 1 der nur ganz alleine. Wo sollten wir da hinspringen, wenn wir unseren Weeperraumantrieb wieder funktionsfähig haben? Oh, da ist ein Sniper! Sniper, Sniper, Sniper! Runter, runter! Komm, wir springen hier hin! Nein, geht nicht! Wir sind hier hinten weg, 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 weg! Weg hier! Weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Das war ja mal gar nichts! helfen wir da noch mit? komm, wir springen da hin ich will ok, das fängt ja schon wieder gut an hier bei uns direkt Raketen woher sitzt der denn? komm, hier direkt die Jäger losschicken ich glaub der schießt uns in Stücke schießt der uns in Stücke? ja der schießt uns in Stücke da kriegen wir noch Unterstützung da ist aber ein dicker Schlachtschiff was er da hat ne? scheiße wir springen jetzt erstmal eben nach Hause da wollen wir hin wie kann man den denn umgehen? und könnte ihn ja von hinten muss man ihn erwischen jetzt muss man einen Jump treffen ja so ja springen wir da nochmal hin versuch wir mal von hinten dran zu kommen komm er hat mal die Raketen drauf noch trifft er uns nicht noch trifft er uns nicht und jetzt versuchen wir mal von nach hinten dran zu kommen so hinter ihm bleiben beziehungsweise unter ihm bleiben so kriegen wir ihn doch bestimmt ja ach da ist jetzt alter scheiß Sniper weg hier weg hier wir sind direkt wieder tot ach der alter scheiß Sniper sitzt da mit der ne der da sitzt und dann mit so einem dicken Schiff davor da hat man kaum eine Chance es wird noch richtig spannend jetzt glaube ich hier beziehungsweise bis wir den jetzt mal bauen kriegen noch 3 Tote schon komm dann will ich da hin komm dann will ich da hin komm dann will ich da hin wie sieht's jetzt aus schieß mal die Raketen drauf ok ok dann geben wir denen jetzt mal eine andere Seite Leute aber der hält auch viel aus ne ach der wird uns wieder ein Stücke voll an los komm los komm das kriegen wir nicht mehr hin und schon wieder down ach das gibt's doch nicht die Explosionen sieht schon geil aus was ist das muss man den lassen aber ich sollte lernen mit dem Schiff nicht ganz alleine zu kämpfen aber ich hatte auch nicht gedacht dass da noch ein zweiter von uns ist aber der ist schon wieder weg gewesen jetzt sind die alle dabei kann man wo sind die denn alle komm springen wir auch hier mit hin und dann fallen wir denen mal in eine Flanke rein das muss doch möglich sein komm 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 so schnell geht das wenn wir den strahl erstmal einsetzen und dann springen wir jetzt direkt da vor denn jetzt läuft es doch bei uns oh die haben nur einen verloren ups müssen hier ja noch welche sein stecken wir uns mal hier hinter ich habe wieder Angst vor dem Sniper der könnte richtig wies sein okay, aber die sind alle so wie es scheint hinten auf der anderen Seite bei denen da sind drei so und da sehe ich doch schon einen Gegner und er schießt direkt Raketen auf uns so, gehen wir mal runter so, jetzt erobern wir das und dann gehen wir mal die Breitweite ach, da sind noch zwei von denen scheiße, wir sind direkt tot ah, der alte scheiß Sniper sitzt da auch noch kann man vergessen vielleicht können unsere Jungs dann noch was reißen Watchmen, das ist der Sniper, ne? so und dann Ladiator oh Gott, oh Gott ich habe so viel Heavy Defense, okay Medium Attack aber wir gehen gleich mal zu Beta 1 ich glaube da sind ach, ob wir das schaffen so, machen wir direkt mal hier wir sind direkt im Kreuzfeuer ach, komm das schaffen wir doch gar nicht direkt wieder tot das war ein richtiger Fehler ja, ich will eigentlich wohl gewinnen ja, ich will eigentlich wohl gewinnen ah, WT hier komm Jungs haut ab wir schießen uns alle direkt zu frei und das Schlimmer ist hier haben Alpha 1 und Beta 1 also Alpha und Beta erobert ja kriegen wir gleich richtig im Fresse das sieht überhaupt nicht gut aus das sieht überhaupt nicht gut aus wir könnten auch versuchen zu Alpha hinzukommen und den mitzuhelfen so das ist unser andere ist auch noch da na, komm allein kaputt er ballert uns kaputt und das macht er hält so viel aus ja ja ne, das ist überhaupt nicht gut sieben Tote haben wir wollen kill, wir haben gar kein kill gekriegt wir haben auch kein kill gekriegt und die Jungs sind eigentlich ziemlich gut, bis auf der ist genauso schlecht wie ich hier haben alle diese Mining Ship der ist natürlich mit seinen 13 Extring und der hat läuft ja die Pionier irgendwie spiele ich die Klassen glaube ich falsch das kann doch fast gar anders sein oder? so springen wir hier hin wollen wir uns direkt erstmal gleich das Update das wollen wir uns dann hier defensiv und dann wollen wir uns sehen we are in range weapons free so dann geben wir ihnen dann mal was mit hier wenn wir uns auf uns nicht feuern brauchen wir auch nicht die Schilde jetzt wäre die Schilde gar nicht schlecht komm Pionier na komm komm und wieder der Sniper was gibt's ey wir haben uns richtig fertig gemacht was also was ja ok wenn es euch gefallen hat lasst trotzdem einen Daumen hoch da und äh falls ihr Tipps habt wie ich das besser spiele immer her damit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dann ciao ciao am am am